So Leute, jetzt seid mal kurz chill So Leute, jetzt seht ihr hier ein 1-1 Also ich werde immer auf Mairus Perspektive bämmen Und auf dem von den Typen auch Du musst dann noch spawnen gleich Mairus hat ein 1-1 gegen Lars Der anscheinend noch nicht drin ist Ich bin Host, damit es fair bleibt Mairus hat schon gleich den ersten Kill, das ist prima Lars spielt mit der SKH Pass auf, er will dich nifen Ohne Knife Run Sorry, ich gebe ihm keine Tipps mehr Ich muss ihm sagen, dass er nicht nifen will, weil das sonst ja unfair wäre Oh, das war ein geiles End von mir Leute Egal, geht schon Ich verzeihe dir Mairus Mairus, du machst ihn fertig, komm Der geht runter Ich weiß, ich weiß Sauber Mairus Brauchst du mir nicht sagen, Junge Ich habe es sauber gesagt Ja, aber davor hast du gesagt Ja, 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 ja Sorry Oha Oha, bei dem war es gerade wie mit einem Ambot, Alter Und dass du ihn gekillt hast Alter, wieso ist denn der so schlecht Warte, nimm seine Waffe, mach ihn mit seiner Waffe fertig Oh, jetzt das andere, okay, hat Evo Ohneee Er hat Laser und so drauf Ohneee Du hast die Vector? Kein Ernst? Einmal eine Bombe Mit Charlie sogar? Ja nun Bringt der aber jetzt nichts Mairus, komm, sei ein fairer Spieler, mach mit Aim Hahahaha Sauber So geht das Schönes Aim und Movement Ah Da Wie er wieder zurück Wie du zurückgesprungen bist, Mann Ja, Mensch, lass mich in Ruhe Oh ну Oh der hat jetzt Schon nicht so Er hat DFHL Aber wir haben ja Feuermodus aus ne Abdeckchen, bekomm, hebe seine Waffe auf, hebe deine Waffe auf quarter Also DFHL Ja Sehr gut Was ist da drauf? Laser achsen Ephrains Jakob Komm schon Sauber Fick ihn, Alter Fick ihn, Mann Schön Jetzt hast du eine Drohne Du weißt, wo er ist Oh Hier, wir sehen, wie schnell Marius triggern kann Das ist echt krass Oha Tschüss Der kämpft jetzt, oder? Fick Er spilt einfach durch Mein Junge, ich wollte sowieso mal in dem Ballon Deine FL? Ja, die ist besser Wow, Schaft, weißt du? Ja, ja Oha gerade hatte so einen leichten Lag bei mir Er war mir auch gerade Sauber Oh Oh Wir zeigen dann gleich auch noch die Statistiken von Lars und von Marius Dann können wir was vergleichen Ah, okay, da kann ich nichts machen Naja Wäre fetter, wenn du nuklear gegen gemacht hättest Der Typ hat keine Chance gegen unseren Marius Schaut euch das an, wie schnell er umkippt, Mann Wären Wären Er kämpft Hast du gleich Drohne oder Orbi? Ähm Drohne glaube ich Wow Ich hab Granaten ausgemacht Er hat einfach klasse, ja Aber trotzdem Dann ist es bei einfach klasse anders Nein Ja Kann man trotzdem nicht nehmen Oh Ich schau kurz nach Klasse wählen Kann man nicht Doch es ist aber so Nein Ich guck doch gerade drauf Wetten wir Ja Dann schau dir das Video an Dann wirst du es sehen Nein Oh Nein Was war das jetzt? Gott der typ kann nichts alter auf auto hätte es so schlecht 08er kd kombat maria's last kill komm mal richtig was machen was krasses soll ich mit snapper? ja AAUH Geh weg vom Auto DICKER Du gibst ihm Oh man DICKER Du kannst ihn nicht so trollen Ja DICKER Du gibst ihm einfach einen Hitmarker für 6 AAUH Der war drauf DICKER Du hast Zeit Ich weiß ich weiß Ey ich schwöre der war drauf Als wäre dieses komische rote Ding nicht da Ja man Pass auf hier sind Schockladungen Was Der war doch drauf Sorry Leute das ist jetzt der schlechte Befragsgottel Ohne neifende Ruhe im Sohn Ey aber Leute Ihr seht Er hat die Sniper aufgehoben Ich Man Man Schwöre er gibt ihm zwei Mal für 6 Die Hitmarker ja Ich seh Ich hör es doch Dass er Achso Pass auf, er will nifeln. Easy. Decker. So, meine Freunde. So muss das sein. So muss das sein. Hey, Gott. Okay, Leute. Jetzt zeigen wir noch euch die Statistiken von dem Typen. Er hat einmal unnachgiebig geschafft. Ich glaube gegen Bots. Er hat die meisten Kits mit der Exclusioner. Dann mit der Remington, dann mit der Elshater, dann mit der RPG, dann mit der PDW. Oh, PDW, er ist so normal. Die meisten Ausrüstungsabschüsse mit der Kampftaxt, dann mit der Handgranate, dann mit der S-Mine. Und die meisten Punkte Serien hat er die Vorräte mit einem Abschuss. Okay, Leute. Ihr habt ihn gesehen. Und ja. Tschö.